hallo es ist willkommen hier für den kanal wie ihr seht stehe ich hier im stürmischen norden denn ich bin nämlich im urlaub und ich dachte mir ich ergreife direkt mal die gelegenheit und zeige euch wie ich ein komplettes youtube-video urlaubsvideo mit meinem smartphone drehe bearbeite und all das ohne dass es was zu verwenden viel spaß schritt 1 für das perfekte urlaubsvideo auf dem smartphone ist natürlich gutes bildmaterial sammeln dazu schnappt ihr einfach euer handy zieht los durch die umgebung und archiviert die schönsten eindrücke mit eurer handykamera dann kommen wir schon zu schritt zwei nämlich den bearbeiten dazu sucht ihr euch einfach ein schönes plätzchen aus im freien oder natürlich drin je nachdem wie ihr das möchtet geht auf eurem smartphone in die video bearbeitungs app eures vertrauens und dann können wir schon loslegen ich verwende jetzt hier die schaut so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.